dann. Nebenher ein bisschen Farmen. Ich hab alle Zeit der Welt schießen, nur dann, wenn du auch wirklich triffst. Das war ein guter Start. Das denke ich auch, ein Puma. Fuck. Naja, immerhin. Blaues Hexenherz? Ein geheimnisvoller Edelstein, der für eine dramatische Steigerung der Kraft sorgt. Nur im nächsten Kapitel wirksam. Warum nicht? Warum nicht? Oh, vier mal die sieben. Ich geh nochmal beim Höllen-Dingsbums einkaufen. Pass auf meine Schätzchen auf, okay. Manche stehen ja total auf 45er. Aber für mich ist das hier die einzig wahre Kunst. Neue Produktinformationen. Eine neue Technik ist jetzt vorrätig. Entfessel die innere Fledermaus. Äh. Breakdown. Oh, Breakdown sieht cool aus. Komm, Bayonetta und Breakdowns. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Komm aber gut voran. Wir sind schon in Kapitel 6. Ähm. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass man einfach von Kapitel zu Kapitel weitergeht. Aber ist okay. Ruin des Umbra-Testgeländes. Okay. Ebenmal schön umgucken. Wieder ein Stück Schallplatte. Das ist gut, glaube ich. Gibt es hier irgendwas? Oh, komm schon. Nichts, was mich davon abhalten würde, sie trotzdem zu öffnen, versteht sich. Okay. Warum kriege ich keine Hexenzeit hin? Habe ich gerade diesen U-Sound gehört? Habe ich gerade diesen U-Sound gehört? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Oh, du Lappen. Wie so ein feiger Noob, ey. Einfach verstecken. Und hoffen, dass deine Kumpane die Arbeit machen. Lass mich raten, hier muss ich alle drei mit der Puma-Gestalt irgendwie... Das habe ich mir schon fast gedacht. Warum müssen wir jetzt diesem kleinen Mädchen folgen? Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Das sah doch verdächtig aus. Wie sie da steht mit dem Schwert. Er näht mich so ein bisschen an Ghost of Tsushima. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Ghost of Tsushima war bis jetzt, auch wenn ich Hogwarts Legacy auch sehr feiere, aber ich würde sagen, so 2022 war das für mich das schönste Spiel, was ich je gespielt habe. Klingt blöd, aber ich mochte das Spiel. Es war ein sehr schönes Spiel. So vom Story und allem, Optik und so weiter und so fort. Auch wenn es viele Spiele gab, die ich natürlich auch feier. Warum war ich auf einmal? Na komm her, du Lüppel. Ich glaube, wenn man das richtig schnell gemacht hat, konnte man sogar 1000 kriegen, meine ich. Oh, das war aber leicht. Ich weiß es nicht. Weil man da nicht nur maximiert hat, sondern weil man da den Climax-Höhepunkt und ich verstehe es nicht. Warum haben sie das nicht übersetzt? Ich meine, Climax ist hier an sich auch nichts anderes außer Höhepunkt sozusagen. Aber im Deutschen verstehst du davon halt nur die Hälfte. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Hexenzeit! Ich wusste, dass hier noch was fehlt. Ich will zwar nichts sagen, aber Ronaldino ist gegen Bayonetta ein Witz. Dieser Schuss, der ging bis zum Mond. Wenn ich groß bin, möchte ich zum Mond fliegen. Frag mal Bayonetta, das bringt sie dir jetzt schon bei. Au. 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 Das war's für heute. So, jetzt sind die Schalter aktiv und jetzt müssen wir als Puma da durchrennen, als Mitzikitzchen. Wunderbar. Nehmen wir noch das mit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum müssen wir jetzt der Kleinen folgen? Au. Ja, ich weiß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ne? Das war's für heute. 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 So, den haben wir mal aufgehängt. Kann man mal machen. Na komm. Muss auch irgendwann mal ein Ende nehmen. Muss auch irgendwann mal ein Ende nehmen. Ich hätte die Waffen Piet Brühe nehmen sollen. Die machen hier richtig Schaden. Und meine Waffen sind echt Schmutz. Bluttränen Ambras Mutterliebe. What the fuck? Warum? Hat die gerade... Was? 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 Ich habe doch nicht gerade etwa gesungen. Bayonetta sieht nicht aus wie eine Milf. Küchenschaben und heulende weinende Kinder. Eine heulende Küchenschabe wäre das Allerübelste. Also komm mir nicht mit Tränen. Verstanden? Also du musst ziemlich stark sein, um ganz allein an einem solchen Ort zu überleben. Wie heißt du eigentlich? Na, die Kleine ist knuffig. Wo kommst du nicht aus, Wingret, oder, Little One? Ich komm von zu Hause. Wo ist dieser saubere Daddy? Er war nach Hause. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Ich will nach Hause. Voice-Lines? Inwiefern Voice-Line? Hm? Komm jetzt mal, Little One. Ich werde dir helfen, aber das ist alles. Na! Und du musst dir sagen, dass es kein Lachen wird. Ein einziges Lachen wird und du Lachen wird alleine. Entstanden? Okay, Mami. Folgt ihr uns jetzt? Das sieht komisch aus, aber es ist süß. Schauen wir mal. Toneinstellung, Effektmusik. Untertitel 1, Sprachausgabe, Englisch. Scheint nicht so der Fall zu sein. Wieso uns folgt? Ich muss einen sicheren Weg... Achso, weil die uns folgt. Ah, guck mal, wie knuffig die ist. Ist sie nicht die vom zweiten, dritten Teil, die kleine? Meinst du die Viola aus dem dritten Teil? Zweiten Teil habe ich oder wir nie gespielt, also hm. Aber wir werden auch später noch erfahren, wer die ist. Aber interessant ist, wenn wir jetzt... Ähm... Die stimmen halt so leise. Ja, das ist halt leider... Die sind keine Aufmerksamkeit. Das ist boom. Dass wir die nicht normal bekämpfen können. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Bombe Zeruza. Die bleibt einfach stehen. Ich meine, könnten den Rest... Ah, ich weiß halt nicht. Klangeffekte, Musiklautstärke. Ich weiß halt nicht, ob das passt. Warum? Hä? Genauso. Oder hast du dich wahrscheinlich schon vorhin verlaufen. Kein Grund zur Aufbrüllen. Beim ersten Mal sehen die immer furchterregend aus. Ich hoffe, es sind noch Kekse dabei. Oh, Tee und Kekse. Lecker. Ja, kann man mal machen, ne? Oh, was für ein reizende Tee-Party. Sogar mit Tanzeinlage. Na dann. Ceresa, mein Kind, sieh nur zu und lern das dabei. Na dann. Oh. Au. Was zum Geier. Ich dachte, bei Hack'n's Lace bin ich einigermaßen gut, aber what the fuck. Oder sind die Spiele extremst absichtlich so extrem schwer? Da hätte ich wahrscheinlich mit dem Leoparden angeln können. Ah, ich hätte vielleicht nochmal. Warum kriege ich keine Hexenzeit hin? What the fuck? Ich glaube, er hat sie nicht gerecht. Ich hab keine Hexenzeit hin. Ach alles. Ich habe eine Hexenzeit. Das ist ein Schuss. Ich bin mit dem Hexen. Töne. Doch. Ich bin mit dem Hexen. Er ist eben mit einem Schuss. Oh, die sind ständige. Nervt doch echt übel. So, wo ist noch jemand? Das gab massiv Kohle. Au. 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 Hat er sich ernsthaft? Au. 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 Herz gebrochen. Nicht nur das Herz. Dieses Spiel. Ich bereue es nicht, auch wenn ich schlecht in dem Spiel bin. Oh. Das war doch gar nicht Bayonetta. Für Freunde von Erotik, es wird jetzt interessant. Au. Sag mal, ich bin doch echt zu blöd, oder? Das ist nicht Bayonetta. Au. Genießt die Show. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ähm. Beide Hände über den Tisch, Justin. Ähm. What the? Meint ihr jetzt ein sexy Tanzbattle? Au. 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 Was dumm Geier. Joy, natürlich, Schwester, alles klar. Jetzt wissen wir, was die Schwester Joy nach ihrer Karriere als Pokémon Krankenschwester macht. Oh mein Gott, dieses Spiel. So, muss jetzt Theresa. Schlittschuh. Alle Teile fügen sich zu einer LP zusammen. Und wir haben noch irgendwas, irgendein Buch bekommen. Und hier ist noch eine Truhe. Ein Stück Hexenherz. Wunderbar. Nur eine einfache, was? Steinplatte. Kommt die Kleine jetzt mit? Statuen der Sonne, die Sonne und Mond darstellen. Die wurden wahrscheinlich zu Ehren der Lumenweisen und Umbra Hexen errichtet. Blumen sind die Lichtwesen und die Umbra Hexen sind natürlich die Schattendinger. Was für einen putzigen Heiligenschein er hat. Das zeigt, wie ernst sie es hier mit der Religion nehmen. Ja, genau. Er pinkelt einfach in den Brunnen. Kann man mal machen. Ich finde halt auch kaum... Ne? Haben sie die Switch-Version schwerer gemacht? Da ist... Ah, wer ist denn da? Und die Kleine ist bei ihm. Na toll. Du und eine Mutter? Komm schon, Shesha. Sieh mich doch mal an. Sieh ich so aus, als hätte ich Interesse an Kindern. Wenn es aber um die Herstellung geht, das ist dann eine andere Geschichte. Aha. Hey, hey. Nur nicht auf dumme Gedanken kommen, okay? Hey, ganz so dumm ist der Gedanke wieder nicht. Aber der Moment ist gerade nicht günstig, verstehst du? Ja. Wo wir gerade vom günstig reden. Ich bin froh, dass ich gewartet habe. Weil ich wusste, dass wir uns nochmal begegnen. Sieh? Wurde er gerade vom Bayonetta angegraben und er hat dann ein Rücktier gemacht? Spiel nicht mit mir. Du hast dieses unschuldige arme Kind bezirzt. Was für eine traurige, kranke Gestalt du doch bist. Ich war in ihrem Alter, als du meinen Vater getötet hast. Nein, das könntest du nicht. Oh mein Gott, du hast es tatsächlich getan? Du hast ihre Eltern umgebracht. Was? Wenn man's recht bedenkt, ist sie bei dir besser aufgehoben. Ihr beide seid nämlich den ganzen Stress nicht wert. Pass gut auf sie auf, sonst hast du die Hölle auf Erden. Kein guter Rat bleibt unbest... Gute Tat bleibt unbestraft. Welche Monster sich hinter einem herschleichen. Wie kommt es, dass sie mich sieht? Vielleicht ist es ja doch dein Kind. Du weißt es nicht, vielleicht war sie ja besoffen. War dann einfach mal so ein Jahr ohnmächtig getrunken und ja... Nennen wir mal mit. Och Mann ey, diese... Das ist eine Schande. Dieses Spiel zeigt einfach meinen... B-Level, der ist unterirdisch. Was du hast, was du für dich erwartet hast? A-N-A-Attack! Ready? Ready? Fire! jetzt bin ich verwirrt wer von beiden war, was, wer war ähm ich könnte es dir verraten aber dann würde ich das Spiel spoilern, Juna ich meine im dritten Teil wissen wir ja, dass die Bayonetta, die Erz-Eva war und der andere Typ ja irgendwie dann doch ähm dann irgendwie der Geliebte von ihr wird ich hoffe, dass ich hoffe, dass werden wir in Dingsbums kennenlernen, im zweiten aber die Serisa ja, wir haben schon mal eine Demo-Zerisa gespielt ich nehme an wir müssten die Spiele so spielen um das alles zu um das alles zu verstehen also erst Serisa und the Lost Demon dann Bayonetta 1 2 und 3 aber ja im dritten Teil hatte die Bayonetta ein Kind oha das ist das ist das ist das ist Na ja, siehme dann. Speichern wir mal, ich muss nämlich kurz, kurz auf die Toilette. Deswegen will ich die EZ, das scheiß Mikrofon geht mir langsam so auf den Sack. Ja, siehme dann. 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 Kardinaltugend der Mäßigung Kapitel 8 Hast Temperantia Eine Bayonette hat halt die Eier, die wir uns alle wünschen Jeder will sich auf mich werfen Und dabei wissen sie doch längst, dass ich keine Autogramme gebe Das Bettgeflüster können wir uns für hinterher aufheben Kann man mal machen, ne? Ow Und wie soll das funktionieren, bitteschön? Verstehe ich jetzt nicht so ganz Sobald ich ihm Schaden machen kann Schießt der dauerhaft Wow Oh 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 Ich glaube die Schlangenpeitsche ist ein bisschen übel. Die ist nicht so gut. Der frisst mir viel zu viele Kugeln. Die Kugeln machen halt nicht wirklich viel Damage. Die Kugeln machen. 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 Die Kugeln machen machen. Die Kugeln 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 machen. Das ist das. Die Kugeln machen. warm siechen ascendant Au, au, au. Aua. Die Gnade, der Schub. Au. Dass das Benzin dann aus den Augen kam. Hat ja beim Zusehen schon wehgetan. Und aus dem Bett geflüstert ist nichts geworden. Ja, hast du wohl gedacht, du kommst, hä? Aber schöne rote Fußnägel. Mittel 8. Ja. Das war okay. Das war okay. Kann man nicht meckern. Ja, tauche ich lieber so um. Machen wir mal weiter. Kapitel 8. Route 66. 666. Sie haben wirklich Resident Evil Anekdote gemacht. Mit dem Händler. Finde ich super. Muss ich mal gucken, wie das mit dem Breakdance und so ein Shit geht. Oh, das wird cool. Seid ihr noch da? Mit den Absätzen über die Dingsbums. Unbekanntes Fahrzeug. Ach, die beiden. Jetzt läufst du doch mit den Absätzen drüber, oder was? Ja, gut. Jetzt bin ich fix unterwegs. Den Herzen, ich bin ganz weggenommen. Und das ist ja noch wie süß. Und das wird sehr kümmern. Wie viel ist das jetzt? Wenn ich es doch nicht noch? Mami, Mami hat uns gerettet. Mami, deine Fahrkünstler und dein journalistisches Talent nehmen sich nicht viel. Ich wollte die Insel vor dir erreichen, aber die Wachen haben mir einen Strich in die Rechnung gemacht. Kein guter Plan, ha? Du glaubst allen Ernstes, dass du mir nicht durchschaut hast, oder? Journalisten sind auch Robby-Detektive, schon gewusst? Du bist hinter einem Edelstein her und er befindet sich im Gebäude der Interhaltgruppe. Das ist auch mein Weg. Ist ja komisch, du weißt schon vor mir, wo ich hin will. Man kann es trotzdem kaum geradeaus fahren. Bin ich vielleicht ein Chauffeur? Weißt du überhaupt, was mit meiner Frisur passiert, wenn ich in der Salzluft durch die Gegend latsche? Tja, ich habe am Strand immer Pflegemittel dabei. Autsch. Kann man mal machen. Ich habe langsam den Eindruck, dass ich auf der Insel, aber ich liebe es, wenn Leute sich so zieren. Quatsch. Ich bin an. Kost. Wenn ich in den Ztoll Antresp içse ginge, anticrุgtreter werden muss. Ja, ich bin ehrlich gesagt. Ja, ich komme auch mit diesen ZAnn SO4. Geht's! Ow. Oh, komm schon. Das frisst doch alles Energie, oder? Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Respektive ist halt einfach nicht wirklich so geil. Super. Ja, gemein. Die schon wieder. Na, komm her. Oha. Au. Au, 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 au. Ouch. Ouch. Das war's. Ow. Übel, übel, mübel. Irenic. Ich hab jetzt gerade was anderes geguckt, Entschuldigung. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich jetzt gerade gestorben. Ah, B, verdammt. Ich kann sowas echt nicht. Vor allem nicht mit dem Switch-Controller. Alter, die Knöpfe alle... Warum ist B und A verknüpft, ey? Verwechselt. Das ist doch bumm. Aber da werde ich mich ewig beschweren. Das ist eine Sünde, mit der Nintendo leben muss. Auf dem normalen Controller hätte ich B gedrückt. Aber jetzt war's halt hier... Y. Ah. Ja, ich bin scheiße. Ist mir auch egal. Aber das ist auch direkt danach, kommt. Mit dem Mittelfinger. Geil. Links, rechts, bremsen, beschleunigen, abfeuern, abfeuern. Okay, springen. Wollte ich die jetzt killen, oder? Au. Wollte ich nicht sagen, aber... Kannst du den auf den Kacken, ne? Ist das mein Motorrad? Ah, jetzt haben wir nur wieder Gas geüben. Okay, ich verstehe. Wie lange muss ich das durchhalten? Muss ich irgendwas... Dann ist es besiegen, oder? Da klickt ja doch gut auf die Backe. So, wenn ich mich mal ein bisschen konzentriere, dann kriege ich das bestimmt auch hin. Ohne irgendwie zu gucken, ob was ein Chat los ist, ob es mit den Zuschauern stimmt. Mehr oder weniger. Aber nur nicht zu langsam sein. Vor allem den Kuddel nicht. Aber die Kugeln kannst du eigentlich echt nicht nehmen, ne? Internet-Probleme, verstehe. Au. G-Music-School. Wird er jetzt geschafft, oder was? Wie lange geht die Brücke denn noch? Ich meine, ich feiere mit... Keine Ahnung, 100 Millionen kmh. Blutdrehen, Ambrus. Boah, das war knapp. Na komm. Aber wie lange wollen die das denn noch machen? Da muss ich irgendwo abbiegen, dafür? Da muss ich irgendwo abbiegen, dafür? Das war wirklich knapp. Au. Oh, okay. Oh, okay. So. Oh, okay. So. 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 Yo! Ich weiß, dass du mich hier nicht möchtest, aber du könntest wirklich mehr subtel darüber sein. Noch mal kurz auf Toilette.